Als ich erfahren habe, dass der Wunsch meinem Vater in Erfüllung geht, hatte ich Tränen in den Augen. Ich habe mich sehr gefreut, dass es endlich klappt. Seit über 25 Jahren hat ihrem Vater nur einen grossen Wunsch. Eine Fahrt im Seitenwagen des siebenfachen Weltmeisters Rolf Billand. Vierjähriges I.B. kam das Leiden zur Scheidung der Eltern. Er hat das alleinige Sorgerecht für ein zweier- und vierjähriges Mädchen bekommen. Er hat uns dann ganz alleine gross gezogen und hat nebenbei auch beruflich in der Chemie gearbeitet. Er hat keine Unterstützung der Kindsmutter bekommen, weil sie auf Besuchsrechte verzichtet hat. Das war eine schwere Zeit für ihn. Aber er wollte sich gleichzeitig auch nicht gegenüber uns Kinder anmerken lassen, wie schwer es der Kampf ist, damit wir möglichst nicht darunter bleiben müssen. Er hat sich so etwas davon verdient und weil ich liebe ihn über alles, dass er wirklich diesen Kampf auf sich genommen hat und für uns gekämpft hat, dass wir eine glückliche Kindheit haben konnten. durch, was ich schauume einfach nach, woher ist verbunden, woher ist es nüschendigend? Und es gibt, dass er viele Jahre lang im Bauch aus der Ferien Wenn dieses Publikum nicht bei mir erinnert, Kontinuit. Ich kann mich einfach einfach gar nicht schnell verabundet, dass es nicht in der Technikus-Klaufe einer Zeit von meinem Leben beruf. Wie ein Otto Zächser und so eine Freude, ich hätte mir jetzt ein Million geben, was mir wehwert, also ein Million, das ist einfach einmalig.